Man kennt Dieter er teilt gerne Sprüche aus und so hat sich auch ein Lkw-Fahrer gedacht wird er mal Sprüche gegen Dieter Pohlen auspacken und hat ihn so beleidigt dass es dem Popstar zu viel wurde und er die Polizei gerufen hat bis zur Anzeige. Zuerst fing es harmlos an mit Sprüchen über seine dumme Frisur und dann kamen auch Mutterwitze dazu bis er dann sagte er solle sich doch vor seinen Lkw werfen dann kann er darüber fahren und die Welt hat keine dummen Sprüche mehr bei DSDS. Der Lkw-Fahrer hat offenbar zu wenig Bildung um zu wissen dass er nicht mehr in der Jury sitzt aber das war Dieter egal er hat die Polizei gerufen und der böse Lkw-Fahrer bekam eine Anzeige und muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben. Na wie hat dir diese erfundene Geschichte gefallen sehr gut dann abonniere mich bitte heute noch weil meine Brieftasche mit 200 Euro wurde gestohlen.